Hier zockt Sergeant Rumpel. Und bitte stehen Sie bequem. Ihre Namen werden in der Ruhmeshalle für immer, in Stein verewigt sein. Zusammen mit den Namen der Menschen, die unsere Geschichte genauso sehr verändert haben, wie die Explosion des Sterns. Mein Gott! Was passiert hier? Wir werden angekiffen! Verrat! Töte die Wächter! Töte die Wächter! Ich töte nur ungern Schwachköpfe. Sie sind rennen! Ruf die anderen! Lauf! Ayumi, das war ja zu erwarten. Du hältst dich nicht gern an die Spielregeln, oder? Tut mir leid, Meister. Aber ich setze die Teleportkugel jetzt ein. Es liegt mir nicht, untätig herumzusitzen. Na ja, du hast es verdient. Ich werde dich nicht aufhalten. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen LP mit Sergeant Rumpel. Ich habe ja angekündigt im letzten LP, dass ich mal wieder was Größeres spielen werde. Und ich musste sagen, ich musste lange, lange überlegen, was ich jetzt mache. Ich war sehr hin und her gerissen zwischen mehreren Spielen. Und habe mich dann aber doch für Blades of Time entschieden. Ein Spiel, das der Gronkh ja schon mal im Let's Test hatte und eine Stunde gespielt hat. Das wollte ich damals genauso auch Let's Playen. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ja Gronkh, wie gesagt, das früher rausgebracht hat. Und ich dachte mir, ach, dann haben das jetzt eh alle gesehen. Und dann habe ich mir das aber nochmal angeguckt und gesehen, ah, der ist ja da irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde reingelaufen und dann nicht mehr weiter. Ich habe es dann privat gespielt und fand es sehr geil insgesamt. Also es ist ziemlich verrückt noch insgesamt. Insofern freut euch hier auf ein rasantes Action-Spektakel mit Fantasy und allerlei Monster und einer guten Grafik. Also zumindest einen guten Design. Da haben die ganz gut vorgelegt. Daijin Entertainment. Und wir gehen jetzt mal in die Story rein. Ähm, so. Und, äh, Vulkantal. Habe ich das, äh, das ist alles noch hier, äh, nicht freigespielt, weil ich hier nochmal neu angefangen habe. Ähm, ich mache mal X für neues Spiel. Und, äh, ja, das soll alles verloren gehen. Und wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und hier geht's auch direkt los, äh, mit X machen wir einen normalen Angriff. Ich muss schnell über den Weg laufen. Aber wo steckt Zero? Ich dachte, der wäre hinter mir. Zero war der... Achso, Entschuldigung. So, was hätte ich nie für möglich gehalten. So, bist du jetzt fertig, oder was? Nix mehr mit Labern. Dragon Land. Das Traumziel eines jeden Schatzjägers. Ich fasse es noch immer nicht, dass ich hier bin. So, wir müssen mal aufpassen. Hier wird immer so viel gelabert. Mal sehen, was der Kompass sagt. Der Kompass. Also, dann drücken wir nochmal den Kompass. In den Büchern steht, dass eine der Kompassnadeln zum Schatz von Dragon Land zeigt. Aber von einer zweiten Nadel stand da nichts. Hm. Sehr strange. Eine zweite Nadel sagt uns noch nichts. Und ich kann jetzt endlich mal ein bisschen reden, vielleicht. Oder? Wir sind in Dragon Land. Und das ist die bezaubernde Heldin unseres Abenteuers. Die recht spärlich bekleidet ist. Und deshalb ist sie nämlich auch in... Ja, bitte. Ja, äh, klasse. Ja, gut. Ähm. Sind wir auch in Dragon Land? Ach, guck mal. Wir kriegen hier direkt neue Sachen. Das ist ja toll. Erhöht durch Feuerzauber bedingte Schäden oder normale Schwerter. Dann nehmen wir nochmal die Schwerter der Drachenmacht. Hier geht's direkt, äh, steil nach oben mit unseren Waffen, äh, mit unserer Waffenausrüstung. Äh, die junge Dame hat relativ wenig anzuziehen, deshalb muss sie nach Dragon Land, um dort, äh, Schätze zu erbeuten. Hm, das ist interessant. Damit sie sich neuen Schmuck und neue Kleidung bei Pimpkis kaufen kann. So. Denn, wie man sieht, äh, das ist wirklich sehr spärlich. Hahaha. Es tut mir leid. Das ist das Spiel, ähm, ich weiß, das ist sexistisch, aber es ist trotzdem toll anzugucken. Hahaha. Und, äh, wie gesagt, ich hab dieses Spiel schon relativ weit gespielt, muss ich sagen. Das ist jetzt kein Blindspiel. Ähm, vielleicht hätte ich das gar nicht sagen sollen. Sondern mich dann feiern lassen. Oah. Nein, ein Drache. Tja. Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nur, dass der sagenhafte Schatz hier irgendwo auf der Insel versteckt sein soll. Aber es gibt keine Karten oder Beschreibungen. Kein Wunder. Die Gilde ist schließlich die geheimnisvollste Organisation der Welt. So, eine geheimnisvolle Organisation, beziehungsweise ein seltsames Phänomen sind auch dann die Dialoge, die da teilweise zwischen reinklatschen. Aber hier muss ja so ein bisschen die Story vorangetrieben werden. Rums. Das müssen die Wächter der alten Schätze sein. Genau wie es in den Büchern steht. Wenn das stimmt, ist es ein gutes Zeichen. Tja. Oder auch ein schlechtes, denn die Wächter sind nicht sonderlich gut. Und damit ist der Schatz eventuell sonderlich klein. Wer weiß. Ich spiele das Spiel auf normal. Ich habe wirklich geglaubt, ich würde ein paar Hinweise finden, die die Gildenmitglieder für Schatzsucher hier hinterlassen haben. Sowas wie Zeichen auf dem Boden oder den Steinen. Ah, sei mal nicht so ungeduldig. Huch. Jetzt hat, glaube ich, gerade der Ton ausgesetzt. Ich könnte jetzt so etwas auf einen Stein schreiben. Hallöchen. Ich bin der Geist des Altars. Du betrittst und Dregrenren. Dies ist der erste Schritt auf deinem Weg. Ich bin hier, um dir zu helfen. Um mir zu helfen? Ich suche meinen Partner, Zero. Das hat für mich keine Bedeutung. Meine Pflicht ist es, dir dabei zu helfen, Kräfte zu sammeln. Was meinst du damit? Ich bin hier, um den Schatz des Drachentempels zu finden. Wenn du etwas Wichtiges weißt, kannst du mir dabei helfen. Sonst verschwende nicht meine Zeit. Ich rate dir, dich von mir leiten zu lassen, wenn du überleben willst. Hier. Mein erstes Geschenk für dich. Ich brauche keine Geschenke. Ich will niemandem etwas schuldig sein. Ah! 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 Was hast du getan? Jetzt sind wir miteinander verbunden. Ich werde dich auf deinem Weg führen. Mit meiner Hilfe wirst du siegen. Sag! Was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass du den Weg zu Ende gehst. Ich habe dir die Fähigkeit verliehen, die Lebenskraft besiegter Feinde in dir aufzunehmen. Bring sie dann zu meinen Altären. Und du wirst belohnt. Bist du wahnsinnig? Ich brauche das nicht. Nimm es zurück! Meine Geschenke verpflichten dich zu nichts. Jetzt geh. Aber sieh dich vor. Eine große Gefahr lauert auf dich. Hey, warte! Was für eine Gefahr denn? Na, da schaut sie sich nochmal um. Verunsichert. Die... Das ist echt extrem schwer. Ich habe das auch schon bei Gronkh gesehen. Das gefällt mir gar nicht. Das ist echt schwer hier zu moderieren, weil die immer Pausen macht und man denkt, die ist fertig. Und dann redet sie doch noch weiter. Also vergebt mir, wenn ich da manchmal hineinrede. Es wird auch besser. Am Anfang ist das nur so. Danach ist das hier Actiongewitter pur. Und meine liebliche Stimme... Wie heiß! Ist ja unerträglich. Hoffentlich führt dieser Weg nicht ins Zentrum der Welt. Wäre ich nicht auf eigene Faust hergekommen, würde ich denken, ich wäre gerade in der Hölle. Aber vielleicht bin ich ja dort. Was passiert hier? Bin ich wieder auf was Neues gestoßen? Oh, oh, da geht die Lava nach oben. Verdammt! Diese alten Orte stecken immer voll Überraschungen. Tja, voll Überraschungen sind deine Dialogschnipsel, meine liebe Ayumi, glaube ich, heißt sie. Wenn ihr so heiß ist, dann zieh doch mal dein Höschen aus. Dann kriege ich auch einen Strike, so wie der Sarazza. Lauf, Ayumi, und bleib ja nicht stehen. Ja, das ist ein guter Tipp. Guter Tipp. Ayumi, hatte ich recht, dass sie Ayumi heißt. So, und jetzt? Mist! Die Dialoge sind echt nicht so gut, irgendwie. Dafür ist die Action umso besser. Selbst das Feuer ist komplett bewegungslos. Wahnsinn! Unglaublich! Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Zeit läuft wieder weiter. Wer ist dafür verantwortlich? Tja, also reden kann sie auf jeden Fall. Kämpfen auch, wie wir jetzt vielleicht mal wieder sehen dürfen. So, was kommt hier? Tja, aus Eiern! Bist du fertig? Verdammtes Stück! Mann! Ich muss doch auch noch mal was zum Reden kommen hier irgendwie. Gibt's ja gar nicht. Hier sieht es genauso aus, wie an einem der Orte, die ich in einem alten Buch über Dragonland gesehen habe. In diesem Thron lagerten einst die großen Schätze alter Zivilisationen. Aber wo soll ich suchen? So, ich habe aber was getrunken. Gestern stieß unsere Gruppe nach Dragonland vor. Doch ich suche dort nicht ganz dasselbe wie die anderen. Hier wimmelt es überall vor unbekannten Pflanzen und Tieren. Und vor mir ist sicher noch nie ein Biologe dort gewesen. Aber genau deshalb bin ich hier. Mir ist bewusst, dass dieses Land voller Gefahren steckt. Doch ich bin gewählt, den Preis für neues Wissen zu zahlen. Ich werde auf meinem Weg immer wieder kurze Nachrichten hinterlassen. Sie werden dem Leser hoffentlich helfen. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur. Das ist auch das Sinnvollste, was man machen kann, wenn man irgendwo neu in einem Land unterwegs ist. Einfach mal wahllos irgendwelche Zettel irgendwo zu hinterlassen. Für Leute, die da nachkommen. Sieht wie ein großer Schalter aus. Was wohl passiert, wenn ich da drauf trete? Tja, was passiert da wohl? Wir sind an einem Computerspiel, wo der Hauptheld ist. Was denkst du denn? Ja, das ist ganz sicher, der Schalter. Das muss der Türschalter sein. Und zerplatzt. Diesen hier, der ist ja fast so ein bisschen imbar. Dieser, ähm... Move. Damit kriege ich die auf jeden Fall, diese Wächter, relativ easy weg. Später wird das auf jeden Fall noch wesentlich schwerer. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal ein bisschen gezockt. Die Wächter sind irgendwie mit diesen Dingen verbunden. Aber was bewachen die eigentlich, wenn all die Kisten leer sind? Nächstes Mal schlaft ihr besser weiter. Ja, das stimmt wohl. Das bringt ja überhaupt nichts. Jetzt kann ich hier auch inzwischen meinen Finishing-Movement machen. Auch eine sehr nette Sache. Kann man auch bei den Wächtern machen. Hier, zack. Mh, lecker. Einmal auf den Bauch gesprungen. Dieser Spinne. Das sind wirklich sehr haarige und stachelige Spinnen, muss ich sagen. Habe ich so in anderen Computerspielen noch nicht gesehen. So, wir sammeln hier nochmal ein bisschen die Lebenskraft der erlegten Holzfässer auf. Und laufen weiter. Ich glaube, wir können jetzt hier durch. Yeah! Ein Vulkanausbruch muss die gesamte Zivilisation zerstört haben. Ah, das sieht schon sehr geil aus, finde ich. Also das Level-Design haben die echt super gemacht hier. Sieht einfach nur hübsch aus. Und wenn man sich jetzt mal hier die ganzen Felsen anguckt. Ist schon super. Das ist ja nicht sehr hoch-Polygon. Ne? Insgesamt. Ich glaube, dieser Blumen macht mich nervös. Was? Verdammt! Wo zum Teufel seid ihr denn? Nein, nein, nein. Bleibt weg! Kusch! Raus hier! Geht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid! Oder sterbt! Je nachdem, was ihr lieber wollt. War auf jeden Fall schon ein neuer Gegner. So, was ich gerade sagen wollte. Huch! Aua! Au, 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 au! Was? Ich bin gerade an einem Lava-Kleinen-Lava-Fluss gestorben. Das kann nicht dein Ernst sein. Die habe ich nicht mal gesehen, diesen... Vulkanausbruch muss die gesamte Zivilisation zerstört haben. Ja, das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon. Das war ja jetzt doof. Aber, ähm, hier, das ist nicht sehr hoch-Polygon. Aber mit diesen ganz tollen Technologien, die wir heute ja haben. Die sie entwickelt haben. Ähm, wie zum Beispiel Bump-Maps oder Normal-Maps, äh, sieht das natürlich schon alles sehr fein aus, muss ich sagen. Wer zum Teufel seid ihr denn? Nein, nein, nein! Bleibt weg! Kusch! Raus hier! Geht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid! Oder sterbt. Ja, das hatten wir auch schon mal. So, zack! Wieder ist er tot. Diese, äh, Blumen, die werden später noch sehr wichtig werden. Kann ich schon mal verraten. Und hier zerstören wir nochmal so ein bisschen, ohne in die Lava zu treten, ein Kistchen. So. Also, die Shader und so weiter haben die echt super schön gemacht, finde ich. Bei diesem Spiel, das ist natürlich nicht alles naturrealistisch, sondern es hat so ein bisschen, ähm... Wer in aller Welt stellt bloß diese magischen Barrieren auf? Der Altar? Ist er das? Beobachtet er mich? Aber warum sollte er mich aufhalten? So viele Fragen, ne? Oh, oh. Noch ein Schatzjäger. Der hatte wohl Pech. Dann nehmen wir uns auch direkt mal das Gewehr hier und haben auch eine neue Waffe. Hier in der ersten Folge. Wirklich nicht schlecht. So, das ist immer so ein bisschen, äh, anstrengend gewesen, so. Muss dann mal drücken und dann kann ich hiermit auch noch... Ne, hiermit gehe ich, so. Muss mich das nochmal... Das ist schon relativ lange her, dass ich das gespielt hab. Ach, guck an. So. Boah. Boah. Ich muss, äh, laufen. Nachladen. Wie kann ich jetzt eigentlich diese Waffe wieder wechseln? Huch, das sah so aus, als wäre gerade der Tor so weg gewesen. So, Zielübungen. Yeah. Noch einer. Diese Steinritter, die haben es echt nicht so drauf. Zack. Im Schießmodus nachladen mit X. Das ist gut zu wissen. Und wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Zielübung. Rums. Äh, ne. Rums. Ich find mit dem Gamepad... Ich spiel das mit Gamepad. Ich spiel zwar auf PC, aber mit Gamepad. Wieder mal mit meinem tollen Xbox Gamepad. Ähm. Aber mit dem zu zielen ist ja immer so ein bisschen schwieriger als mit Maus. Dafür ist der Rest dann wesentlich einfacher mit dem Gamepad. So. Jetzt haben wir wieder unseren Schwert. Wir müssen jetzt eigentlich hin und wieder zurück. Hier sind ja überall Lava und Feuersbrünste. Da können wir mit unseren, ähm, Feuersbrüsten nicht durch. Da haben sie ja auf jeden Fall auch, äh, ein bisschen übertrieben, finde ich, an der, äh, an dem Hauptcharakter. Da hätt's auch eine Nummer kleiner getan. Nix da. Der will ja an die Wäsche, will der. An die gute Pimpki-Wäsche. So. Du bist auf einen neuen Feind getroffen. Und der hat dich nicht getroffen. Ist der tot? Ja, er ist tot. Gott sei Dank. So. Wieder zurück zu den Schwertern und die Keramik hinüber machen. Ähm. Also ich find, ähm, diese, ähm, es sind Schlauchle... Wer ist da? Ich will euch atmen. Kommt raus. Schnauze jetzt. Ich will moderieren. Das war echt, schau schon. Huch. Ich muss hier jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. So, Nix da. Ihr fliegt jetzt mal in alle Ecken hier. So, weg. Ja. Hahaha. In der Luft abgeschnetzelt. Und du läufst gegen die Mauer. Was ist denn mit dir los? Wann kommt dein RB? Hier ist das RB. Tod und Verderben. Auch für dich und deine Sippschaft. Verdammt dem Biester. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war hier nämlich so eine fiese Stelle. Da ist der Gronkh auch gescheitert. Ah, Gamepad-Ziel. Ich hasse es. Irgendwo gab es doch auch mal eine Taste. War das nicht? Genau. Zoom konnte ich auch noch. So, das ist schon mal ein bisschen einfacher. Und jetzt sehe ich nichts. Da muss ich immer nur in Bewegung befindlich sein. Das ist das größte Problem. Oh, komm schon. Oh, jetzt muss er nachladen. Na gut. Immerhin bin ich noch nicht gestorben hier. Fast aber. Oh, oh. Jetzt wird es anstrengend. Oh, nee, nicht. Ja. So, ich habe mich noch mal gerade geheilt. Das geht nämlich auch. Aber ja. Den ersten. Tod. Hahaha. Das kann ich auch noch machen hier. So ein Schnell-Move. Der ist auch noch sehr cool. Zack. Und noch den letzten Cousin hier. Auch die Monster sind sehr gut animiert. Übrigens, die Kampf-Animationen, das können die natürlich einfach. Wenn die hier überall auf der Insel sind, weiß ich nicht, was ich dagegen tun soll. Ja, was denn? Zero verpasst ja den ganzen Spaß. Wo zum Teufel steckt der nur? Was dachtest du denn, dass du nach Dragonland kommst und das ist hier alles ein Spaziergang oder was? Muss schon was tun für sein Geld, das man bei H&M ausgeben möchte. So, RB. Und wir sind jetzt so allmählich hier aus dem Tutorial-Bereich raus. Jetzt wird es allmählich schwieriger. So, hier nochmal erstmal Keramik kaputt gemacht. Und jetzt kommst du dran. So, wie widerlich. So, jetzt müssen wir erstmal hier schnell weiter. Die legen immer hier so Eier, so widerliche. So, und haben wir noch eine? Ja. Und, da musste man immer auffassen, die legen nämlich Eier, diese Viecher. Und dann kommen wieder neue. Und die legen auch wieder Eier. Und die auch wieder. Und dann hat man hier plötzlich eine Herde von Spinnen am Start. So. Tja, das ist eine gute Frage, liebe Ayumi. Hier ist der Altar. Wieder der Altar. Was wartet diesmal auf mich? So, was können wir denn wählen? Wir dürfen Geschenke wählen. Geschenke sind immer gut. Und Kältestarre. Brand. Ach, es gibt nur Kältestarre oder Brand. Also, setzt vor dir stehen der Feinde in Brand. Ja, das hätte ich ja nie erdacht. Letzt dein Ziel erstarren, macht es bewegungsunfähig und verursacht Schaden. Hm. Das klingt doch super. Zum Objekt preschen. Er ermöglicht es, zu fliegenden Korallen zu preschen. Ja, das will ich auch haben. Die fliegenden Korallen, das sind diese Blumen. Wo bin ich? Dies ist deine erste Prüfung. Du lernst, deine neuen Fähigkeiten einzusetzen. Es wird Zeit, anzufangen. Hm. Du meinst sofort? Ja, sofort. Die spitzen Dialoge, Leute. Sehr gut. Also. Erziele Totenköpfe. Das macht man, indem man hier die Jungs wegschnetzelt. Ihr seht, rechts oben in der Anzeige. Äh, links oben. Entschuldigung, das andere rechts. Links oben in der Anzeige, wie sich so ein kleiner Balken auflädt. Und dieser rote Totenkopf, der da ist, den muss ich... Oh, jetzt habe ich... Ach so, jetzt habe ich das einmal vollgehalten. Das lese ich jetzt einfach nochmal wieder auf. So, was muss ich jetzt machen dann? Drücke B und Y. Y. Feuere so lange auf das Feinde, bis der... Ach so. Oh, Hallöchen. Das hatte ich nicht mehr so ganz in Erinnerung. Aber ich wusste, dass es noch so Special Moves gab. Und die sind natürlich sehr cool hier. Guck mal. Das können die Japaner natürlich einfach hier so. Äh, ähm, nee, so. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Habe ich jetzt noch nicht. Äh, was? Wieso geht das nicht? So, jetzt nochmal. Also, er ziehe, drücke B und dann Y. Das muss jetzt gleichzeitig drücken. Wieso geht das jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Aber vielleicht muss ich erst nochmal hier so. Nochmal ein paar. So, jetzt müsste es wieder gehen. Mal gucken. Ne. Dann raff ich es jetzt gerade nicht. Vielleicht muss ich es auch nacheinander drücken. Moment. Wie war denn das? Ja, nacheinander. So was. Darf ich nicht gleichzeitig drücken, tatsächlich. So, ich muss noch sechs Feinde treffen. Das machen wir jetzt mal ein bisschen. Wie die hier schön durchgeschnetzelt werden. Das ist schon ein Vogel oder sowas, der da entlang fliegt. Oh, der ging schon so kaputt. Mal ein bisschen aufladen. Da haben wir unseren Totenkopf. Und. Bronze. Ich finde diese Effekte. Und da kommen noch wesentlich mehr. Die sind einfach sehr gut gemacht bei dem Spiel. Da kann man nichts sagen. Auch die Steuerung geht unglaublich flüssig von der Hand. Macht also richtig Laune. So, jetzt müssen wir nur noch. Juhu. Zwei Feinde müssen wir noch treffen. Mal einen Totenkopf hier. So. Oh, falsche Richtung. Außerhalb der Kamera. Das konnte man nicht mehr sehen. Jetzt aber. Rums. Ich glaube, damit haben wir es hingekriegt, ne? Da fliegt noch der. Das ist kein Vogel. Das ist ein Drache, glaube ich. Das war stark. Die Artäre sind also Kraftquellen. Abgefahren. Abgefahren. Abgefahren ist voll das neumodische Wort. Das passt hier gar nicht in diese Fantasy-Welt rein, finde ich. Aber die Japaner sind ja immer so ein bisschen, ähm, ja, kleptomanisch, was das anbelangt. Die klauen sich aus allen möglichen Bereichen Sachen zusammen. Ich dachte mir schon, dass das keine normalen Blumen sind. Ich sollte sie benutzen, um da hochzukommen. Ai, ai. Ai, Jumi. Also. LT. Muss ich nochmal hier. Uah, was? Nein, nicht schon wieder. So ein... Uah. Oh, dieses Ziegeln, das macht mich so fettig. Man kann auch die Geschosse irgendwie nicht abknallen. Das wäre nämlich noch ganz gut gewesen. Hätte man sich so ein bisschen schützen können. Aber die fliegen einfach durch. So, hier gehen wir aber nochmal hin. So, ich höre noch irgendwie was anderes. Diamantring. Erweitert den Wirkungsbereich. Oder schöner Ring ohne spezielle Kräfte. Dann nehmen wir mal lieber den hier. So. So, wir sind da glaube ich auch allmählich am Ende dieser Folge, dieser ersten Folge angelangt. Wie gesagt, ich werde dieses Spiel jetzt mal durchzocken. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein zweites LP starten. Kein LPT, sondern ein zweites LP. Sie scheinen lebendig zu sein. Hoffentlich fällt das nicht runter. Ah, doch. Ich fall runter. Und hier ist wieder so ein... Oh, nachladen. Na, komm schon. Da war es um sie geschehen. Um die Koralle, um die Fliegende. So. Ich werde noch ein zweites LP starten. Aber ich hatte mal Bock wieder... Huch, nein. Oh, damn it. Bin runtergefallen. Ich hatte mal Bock wieder so ein bisschen Action-lastiges Spiel zu spielen. Und ich finde die Grafik hier ist einfach sehr gut. Und das Gameplay übrigens auch. Also es erweitert sich später noch im weiteren Spielverlauf. Äh, das ist natürlich ganz gut, dass ich das jetzt schon weiß. So ist das nicht so ein bisschen blind. Viel öfter, ähm, also oft spielt man ja irgendwelche Spiele an und weiß noch gar nicht so richtig, ähm, sind die überhaupt gut oder gefallen die einem. Man sieht ja nur die ersten, das erste Level. Und das ist ja immer so, dass man da... Da freust sie sich, die Ayumi. So. Boah, diese Schießaktionen, die machen Nerven. Irgendwann später, glaube ich, kriegt man dann so eine Zielerfassung. Dann wird das alles etwas einfacher. Aber hier ist es momentan jetzt extrem unangenehm. Oh Mann. Muss mich grad mal heilen. So. Einer ist weg. Da war jetzt der andere noch hier unten irgendwo. Boah, ich muss ihn nochmal heilen. Jetzt nimm deine Scheißwaffe. Ich krieg die Krise hier. Wann kommt überhaupt gar nicht? Ach komm, Scheiß drauf. Den lass ich jetzt mal hier so... RB, ich flieh einfach. Ich lass die eine Pflanze da stehen. Das einzige, was ich so ein bisschen anstrengend finde. Vielleicht öffnet der Schalter das riesige Tor. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls kommen da später noch relativ viele Gameplay-Elemente rein, die ich relativ cool finde. Außerdem auch verschiedene Welten, die alle sehr schön designed sind. Insofern hoffe ich, dass ihr dabei seid. Und hier dieser hübschen kleinen Ayumi zuguckt, wie sie mit Steingolems kämpft. Und alle möglichen anderen Sachen abfährt. Zum Beispiel ihre Special-Sachen, wie das hier. Bam! Das ist schon sehr cool. Also Kampf-Moves findet man so leicht, so schnell. Nicht in einem anderen Spiel, finde ich. Die da rankommen. So, haben wir ihn mal eingefroren. Und weg. Tot! Ich glaube, jetzt ist hier alles ruhig und ich kann einen Folgenstopp machen. Insofern freut euch auf die nächste Folge von Blades of Time. Bis dahin, ihr Sergeant Rumpel.